Der Abrechnungs-Service der Salzburger AG ermöglicht eine einfache und transparente Abrechnung an E-Ladestationen. Das Hotel Wirtshaus Tauernhex bietet eine solche Ladestation an, die sowohl Hotelgästen als auch vorbeifahrenden Elektrofahrzeugfahrerinnen und Fahrern zur Verfügung steht. Dank des Abrechnungs-Services können alle Nutzerinnen und Nutzer bequem ihre Ladevorgänge bezahlen und den Aufenthalt oder Zwischenstopp entspannt genießen, während ihr Fahrzeug aufgeladen wird. So profitieren sowohl Hotelgäste als auch Durchreisende von diesem komfortablen Service. Bestes Service für die Gäste natürlich, dass der Hotelier seinen Gästen eine einfach zugängliche Lademöglichkeit zur Verfügung stellt. Also die Hotelgäste müssen nicht nach einer öffentlichen Ladestation irgendwo in der Nähe suchen, sondern können direkt am Gästeparkplatz eben ihr E-Auto laden. Und bestes Service für ein Hotelier, also der Hotelier hat wirklich überhaupt keinen Verwaltungsaufwand mit der Ladestation. Dann natürlich am Anfang in der Anschaffung, in der Entscheidung, dass er sich damit ein bisschen auseinandersetzt, welche Vorteile hat er, was bringt er an das und so weiter. Aber sobald die Ladestation dann steht und bei uns im Backend eingebunden ist, hat der Hotelier nichts mehr damit zu tun. Also die Gäste tanken, die Abrechnung läuft und funktioniert völlig automatisiert im Hintergrund, also über die Salzburger und einmal im Monat bekommt der Hotelier dann alle Ladevorgänge, also eine Gutschrift für alle Ladevorgänge rückvergütet. Ein zusätzliches Monitoring-System ermöglicht den Hoteliers in Echtzeit nachzuvollziehen, wann und wie viel an ihrer Ladestation geladen wurde. Dadurch erhalten sie einen genauen Überblick über die Nutzung und können die Ladevorgänge effizient verwalten. Diese Transparenz hilft den Abrechnungsprozess zu optimieren und den Service für Gäste und Nutzer zu verbessern. Wir sind ein Haus der mittleren Kategorie. Wir haben nicht eine 724-Rezeption. Das läuft alles sehr kombiniert mit Service und Restaurantzeiten etc. Jetzt hat man immer diese Kartenproblematik gehabt, das Freischalten, das Ablesen etc. Man hat dann die Ladeleistung ab und zu inkludiert bei manchen Gästen, aber jetzt hat man wirklich den Vorteil, dass man das Gäste mit ihrer eigenen Ladekarte aus diesem Netzwerk der Salzburg AG mit der eigenen Ladekarte laden können. Es gibt super Payment-Anbindungen, Kreditkarte, PayPal etc. Also jetzt funktioniert das eigenständig, on demand und für uns toll, weil wir mit der Sache nichts zu tun haben. Wir kriegen noch einmal im Monat eine Gutschrift auf unser Konto, auch super. Und für mich, der selber E-Auto fährt, ist es halt auch toll, dass ich trotzdem daheim noch gratis mit meiner Salzburg AG-App meine Autos vom Main-Fuhrpark laden kann. Einer der großen Vorteile natürlich von der neuen Lösung ist, dass man eben in diesen Navigationen als Ladepunkt aufscheint in diesem Partnernetzwerk der Salzburg AG. Also über die Salzburg AG hinaus ist man als Ladepunkt ersichtlich. Und wir generieren da nicht nur einen Einheimischen, der schnell einmal auflädt und auf ein Bier reinschaut, sondern auch durchaus den ein oder anderen Übernachtungsgast. Der ein oder andere schaut auch zu unserem Foodtruck, der jetzt unterm Tag immer offen hat und kauft sich einen Snack derweil. Und die Tarifmodalitäten waren für uns auch ein ausschlaggebender Punkt, also dass wir uns individuell nach unseren Bedürfnissen einen Tarif aussuchen haben können. Die E-Ladestation im Hotel Wirtshaus Tauernhex ermöglicht eine einfache und transparente Abrechnung der Ladevorgänge für Hotelgäste und Durchreisende. Dadurch profitieren alle Nutzerinnen und Nutzer von einem komfortablen Ladeerlebnis, während das Hotel einen modernen und umweltfreundlichen Service bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017